Willkommen auf dem Kanal, Wolfsburg-Fans, ich bitte euch, unseren Kanal zu abonnieren. Hier sind sie immer auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus unserem geliebten Wolfsburg. Am heutigen Sonntag, 25. August, steht der Supercup der Frauen auf dem Programm. Im Rudolf-Habi-Stadion in Dresden empfangen die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern die Pokalsiegerinnen aus Wolfsburg. Für Nationalspielerin Jule Brandt von den Wölfinnen kann das Duell richtungsweisend für die Saison beider Klubs werden. Nach Olympia, Brandt winkt nächster Titel. Jule Brandt geht in ihre dritte Saison mit den Frauen des VfL Wolfsburg. Die bisherige Bilanz für die 21-Jährige, zwei Titel im DFB-Pokal mit den Wölfinnen. Die Titelsammlung der Offensivspielerin kann allerdings schon heute weiter anwachsen, sofern die Damen des VfL den Supercup gegen den Münchnerinnen für sich entscheiden sollten. Nach der Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris wäre der Gewinn des Supercups der zweite Titel für Jule Brandt innerhalb weniger Wochen. Im Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen blickt die Nationalspielerin zurück auf die Zeit in Frankreich und auf die kommende Spielzeit mit dem VfL. Für die kommende Spielzeit hat sich Brandt, ebenso wie ihr Verein, viel vorgenommen. In erster Linie will ich mit meiner Leistung dem Team helfen, und wir haben ja in der Mannschaft auch schon unsere Führungsspielerinnen. Ich war immer ein bisschen verpeilt, bin es oft auch immer noch. Aber ich komme jetzt in eine Phase, in der ich mich reifer zeigen muss, erfahrener, konstanter. Das ist mir bewusst. Doch nicht nur sie persönlich, sondern auch der Pokalsieger hat sich eine Menge vorgenommen für die anstehende Spielzeit, wir sind der VfL Wolfsburg, natürlich wollen wir Meister werden und unsere Serie im Pokal ausbauen. In diesem Verein ist es immer das Ziel, Titel zu holen, so Brandt, welche den Blick bereits nach vorne richtet, am Sonntag können wir mit dem Supercup schon damit anfangen. Und wer weiß, vielleicht ist dieses Spiel gegen die Bayern schon ein bisschen richtungsweisend für die Saison. Hier haben sie Zugriff auf exklusive Inhalte. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Details zur VfL Wolfsburg-Reise. Ich bin der VfL Wolfsburg-Reise. Vielen Dank.